Windeln sind nur was für Menschen, die nicht selbst aufs Klo gehen können? Von wegen, es gibt neben ABDL und dem Fetisch auch einige Situationen im Alltag, in denen Windeln einfach praktisch sind. Auch wenn man sie nicht mag und auch nicht durch gesundheitliche Gründe darauf angewiesen ist. In diesem Video stelle ich euch einige davon vor. Fangen wir an mit Konzerten. Bei Taylor Swift haben einige Fans sogar zugegeben, dass sie Windeln getragen haben. Vor allem wer schon mal auf einem größeren Konzert war, der weiß, dass man dort einige Stunden verbringt. Der Einlass braucht Zeit, also ist man deutlich früher da. Viele trinken dort noch etwas, sodass man irgendwann aufs Klo muss. Der Weg dahin kann aber weiter sein, dadurch wird ein Teil des Konzerts verpasst. Und man gibt seinen Platz auf. Vor allem bei den Stehplätzen kann es schwierig sein, danach wieder nach vorne zu kommen, um eine gute Sicht zu haben. Wer nicht alleine dort ist, muss zudem schauen, dass die Freunde wiedergefunden werden. Mit einer Windel spielt all das keine Rolle. Dickere Windeln halten problemlos mehrere Stunden, sodass gar kein Klo besucht werden muss. Auf Festivals kann es mit den Toiletten auch Probleme geben, manchmal muss man in längeren Schlangen warten. Mit steigendem Pegel sind die Klos dreckig oder manchmal sogar defekt. Mit Windel kann einem das egal sein. Vor allem für Frauen bestimmt eine Erleichterung, weil sie ja nicht zur Not einfach einen Baum oder so in der Nähe suchen können. Wenn das Konzert weiter weg ist oder ihr aus anderen Gründen reist, dann nehmt ihr vielleicht die Bahn. Entweder weil das weniger stressig ist als Autofahren, oder weil ihr vielleicht gar keinen Führerschein oder kein Auto habt. In den Zügen gibt es normalerweise Toiletten und auch die Bahnhöfe haben welche. Leider sind sie bekannt dafür, öfter mal kaputt zu sein. Das ist gar kein neues Problem. Ich habe Zeitungsartikel gefunden, die bis ins Jahr 2011 zurückreichen. Hier zum Beispiel sind 2013 alle vier Klos des Zugs kaputt. Das ist dann schon echt ärgerlich, wenn man dringend muss, durch den ganzen Zug läuft und es kein funktionierendes Klo gibt. Bis zum nächsten Halt ist es noch eine ganze Weile. Wenn der Zug dort nur wenige Minuten stehen bleibt, schafft man es zeitlich vielleicht nicht mal rechtzeitig wieder da zu sein und muss mit einem späteren Zug weiterfahren, nur weil man sich mal erleichtern musste. Ich fahre nur noch mit Windelnzug, weil ich es viel entspannter finde. Selbst wenn die Toiletten funktionieren, sind sie manchmal in einem ekeligen Zustand, stinken, da möchte man nicht hin. Vor allem nicht während der Fahrt, wo man versehentlich was Dreckiges berührt oder wenn man nicht aufpasst sich selbst anpinkelt. Mit dem Auto sieht es nicht viel besser aus, Rastplätze sind oft auch verdreckt. Auf Rasthüfen muss man oft noch Geld bezahlen. Manche Fahrgäste haben sich sogar schon im Zug in die Hose gemacht. Im Auto kann dabei Menschen mit kleinerer Blase auch nicht viel fehlen, wenn gerade nicht mal ein schmutziger Parkplatz in der Nähe ist. Wer eine Windel trägt, ist auch hier entspannter und oft wohl hygienischer, weil man nichts Ekeliges anfassen muss. Mit Auto oder Zug gelangt man auch zur dritten Aktivität, Freizeitparks. Dort wird längere Zeit verbracht. Nicht nur bei Attraktionen, sondern oft leider auch in den Warteschlangen. Im Disney Theme Park in den USA konnten es Gäste nicht mehr halten. Sie warteten in der Schlange und wollten wohl nicht auf die Toilette gehen, weil sie dann wieder hinten sind und ihr ganzes Anstehen umsonst war. Sie machten daher einfach in der Schlange auf den Boden. Nicht nur das kleine, sondern sogar das große Geschäft, ganz schön ekelig. Das sollte man als halbwegs anständiger Mensch natürlich nicht machen. Man kann aber in die unglückliche Lage kommen, dass man längere Zeit ansteht und seinen Platz für einen Toilettenbesuch aufgeben muss. Windelträger können das nur mit einem Augenzwinkern belächeln. Der letzte Punkt sind für mich längere Filmabende. Vor allem wenn man abends gemütlich im Bett eingekuschelt ist und dabei noch etwas trinkt, möchte ich nicht unbedingt nochmal aufstehen und zur kalten Toilette. Lieber gleich mit Windel ins Bett kuscheln, dann ist das gar kein Problem. Wer längere Zeit am Stück Computerspiele spielt, wird sich darüber freuen, nicht zwischendrin aufs Klo zu müssen. Es gibt ja Spiele, die länger andauern, beispielsweise Strategiespiele. Oder Multiplayer, bei denen es schwierig ist, mittendrin aufs Klo zu gehen, weil man dann entweder für alle anderen auch pausieren muss oder es keine Möglichkeit dazu gibt. Je nachdem, was ihr gerne in eurer Freizeit macht, findet ihr bestimmt noch weitere Situationen, bei denen Windeln praktisch sein können. Natürlich ist bei meinem vierten Punkt zugegeben auch etwas Faulheit mit drin. Im Gegensatz zur Bahnfahrt oder anderen Aktivitäten könnte man beim Film zu Hause beispielsweise einfach aufstehen und aufs Klo gehen. Ich finde Faulheit nicht grundsätzlich schlimm. Wer von euch ist schon aus Faulheit gefahren, hat sich fahren lassen, Essen bestellt, ist zu Hause geblieben statt zum Sport zu gehen und so weiter. Problematisch wird es erst, wenn das überhand nimmt. Nur noch zu Hause sitzen und Windeln tragen, um sich nicht aufs Klo bewegen zu müssen, wird natürlich ungesund. Genau wie vieles andere auch, das übertrieben wird. Aber wer ein geregeltes Leben hat, der kann sich eine Pause gönnen und für Filme, Spiele oder auch einfach nur so eine Windel tragen. Das schadet keinem und ist auch nicht verwerflich. Für Außenstehende mag es seltsam wirken. Ihr könnt euch ja selbst fragen, wem ihr damit schadet und ob das schlimm ist, harmlose Hobbys anderer seltsam zu finden. Wie viele finden zum Beispiel Briefmarken sammeln seltsam? Oder spinnen als Haustiere? Muss man nicht mögen, aber schlimm ist es deswegen nicht. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, zu welchen Aktivitäten ihr Windeln tragt. Und bleibt trocken, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.